Das nenne ich mal 60 Sekunden Fanliebe mit Daniel Abt. Ne, ich glaube, du hast recht oder so. Guck mal, du hast irgendwas... Wirst du mich auch noch mal hier aufschreiben? Einfach mal quer drüber. Daniel, hast du morgen eine Chance mit den neuen Teamkollegen? Immer? Richtig. Richtig. Naja. Jetzt war es ja nicht so richtig, oder? Naja, aber das ist ja immer eine neue Chance. Mach doch mal mehr Kante runter. Danke. Danke. Viel Glück. Daniel, vielen Dank. Viel Spaß. Aber kurz Stau stehen. Nein, nein. Kannst du machen am Montag. Das war's. 60 Sekunden Fanliebe mit Daniel Abt. Die Frage ist ganz wichtig. Wunderschön? Nein, danke. Danke, vielen Dank. Danke. Danke.